Ja, die Pumpe muss auf maximale Fördermenge feststellen. Wo muss denn die? Die muss jeder direkt sein. Und dann hat er den Rücklauf zurück. Zurück durch den Rücklauf. Zurück. Und nicht immer Druck anstehen. Die Pumpe soll ich nicht mehr gemacht. Die Pumpe soll nur die Menge fordern. Mehr? Also, das ist noch nicht das Problem. Das ist die Pumpe nicht mehr. Doppeltung. Wenn Du nicht dentro'llstelle, du Openingen. Das必st du nicht mehr, Dlocken wir nicht der Lauf. Hier ist möglich, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.